Ein herzliches Willkommen zurück zu Ack aufs Maul. Wir wurden ein bisschen unterbrochen, wir waren ja noch mitten im Angriff, aber jetzt geht's weiter. Yo shit. Diesmal war's Case. Nee, diesmal war's meine Schuld. Nein, eigentlich war's Ghost Schuld. Nee. Ja, ich bin rausgeflogen. Ja, aber Ghost war 40 Minuten Afghan. Achso, ja gut, das sieht man ja im Video ja nicht. Nein, deswegen sag ich's ja. Achso, Ghost war 40 Minuten Essen. Genau, Ghost war 40 Minuten Essen. 40 Minuten! Wer isst so lange, wenn er nicht ins Restaurant geht? Selbst da isst man nicht so lang. Das dauert's nur so lange, weil's Essen nicht kommt. Erinnerst du dich an die Hamburger? Da haben wir auch schon lange gegessen. Ja gut, das ist was anderes. Scheiße, ich glaube, ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen, oder? Ja, ich glaube auch. Wir müssen noch mal ein Stück weiter hoch wieder. Und... Also wir haben neue Insider-Informationen. Haben wir? Gato geht's scheiße. Gato zieht um. Gato geht's scheiße! Und ich stecke fest. Ja, offensichtlich haben die sich wohl die ganze Zeit hier wieder bekriegt, als wir unseren Battle Paracer vorbereitet haben. Also, das war ganz praktisch, so gesehen. Aber an sich... Wir müssen hier aufpassen. Wir haben irgendwas von Mettelberg erzählt, dass die hier die ganze Zeit rumrennen. Und abfarmen. Ja... Die muss, irgendwo muss die Base gleich kommen. Da steht was. Glaube ich. Ja, da ist glaube ich Holzstrukturen vor uns, oder sowas. Holz haben die nie im Leben. Ne, warte mal, ich geh mal auf den... Warte, bleib mal kurz ein Stück zurück. Ich meine, ich hab hier vorne was gesehen. Der Paracer folgt dir. Oh, okay. Ja, ist aber okay. Warte, ich geh nochmal hoch, weil ich seh grad nix. Wo hab ich das denn jetzt gesehen? Ich glaub, das war... War das nicht im ersten oder zweiten Video von Ghost? Ich glaub, die haben hier so... 2, 3 Blattform geblendet. Ne, ne, das war schon mehr. Also das, was ich mir jetzt zumindest... Ja, guck, das ist das hier. Das haben wir in der ersten Folgen gemacht. Ne, das war aber nicht das, was ich gesehen hab. Ich hab... Als du aus Holz gerät. Offensichtlich hab ich mir was eingebildet. Ähm... Ja. Hast du dir so sehr gewünscht? So, aber ich glaube, wir müssten in die Richtung... Ach, das ist hier das hier. Siehst du das rechts von uns, diese Ruine. Das hab ich gesehen. Ach so. Aber sie müssen hier irgendwo sein. Das ist der Ehrenmetallberg. Ja, ja. Das kommt auch noch irgendwo. Ich weiß nur halt leider nicht... Wo bist du? Ich bin hier weiter runter gegangen. Ich weiß leider nicht, äh... Wo das hier ist. Also ich... Ich kenn mich nicht, aber ich weiß... Also ich kenn den Spot, aber ich weiß nicht, wie man von hier aus hinkommt. Oder generell, wie man auf Island zu dem Spot kommt. Auch wenn Island ja eigentlich gleich ist mit der Fittest Map. Aber in der Fittest Map, da weiß ich, wo ich hinlaufen muss. Und hier halt irgendwie nicht, so. Äh... Moment mal. Leute, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Wir müssen links lang. Wir müssen genau gegenüber in die Richtung. Ja, aber ich würde mal links lang laufen. Auf die andere Strandseite. Ne, von da kommen wir doch. Wir sind nur... Wir haben uns irgendwie einmal gedreht. Nein, wir kommen von hier. Nein. Guck doch auf der Map. Guck doch da hinten. Das ist das Ding. Okay. Das, was jetzt links von uns ist, das ist der Ort, von wo wir kommen. Die Insel. Genau. Sag ich doch. Ja, ja. Wir sind recht. Ja, wir müssen... Ja, hab ich doch gesagt. Ich wär jetzt einfach nur... Ich wollte nur einfach hinten lang, außen rum den Strand lang laufen. Ja, machen wir jetzt auch. Wir laufen jetzt... Ach so. Ja. Andere Seite, das wird... Weil das ein kürzerer Weg ist, als wenn du jetzt hier langläufst. Ne, ich dachte jetzt einfach hier wieder den Wald hoch und dann durch den Wald durch. Ist halt anstrengender für dich mit Paraza. Ja, klar. Aber wenn wir am Strand entlang laufen, dann weißt du genau, sind wir die ersten, die gesehen werden. Ist der nicht aktuell? Hängt der fest? Der hängt nicht fest. Oder? Muss ich kurz boxen? Ich geh schon mal vor. Ich hab den Paracer gerade auf Follow. Hallo? Kommst du? Ja, er kommt. Ja, schon. Ist ja gut. Schlimmer. Ja, nicht du. Der Paracer. Ja, ja, ja. Ich glaube, wir müssen so ungefähr in diese Richtung hier. Wir haben es irgendwie geschafft, uns einmal komplett zu drehen gerade, glaube ich. Ich bin nur dir nachgelaufen. Ja. Ja, sorry. Wir müssen ja auch irgendwie die 20 Minuten vollkriegen, ne? Ich kann mich auch 20 Minuten hinstellen und mich kratzen. Das ist genauso spannend. Ach, halt die Klappe jetzt. Weil ich mich einmal verfahren habe. Einmal. Da ist ein Raptor. Der ist uns egal. Da hat er unseren Scumbag gerade getötet. Da ist er tot? Ja, Scumbag ist gestorben. Hast du nicht die Meinung bekommen? Ich habe es übersehen anscheinend. Ehhh. Haha. Einmal durchs Loch. Was? Ich bin einmal durch so ein Loch gejumpt da. Achso, ne. Ich meinte, ich habe so ein Ding gefunden. Wie heißt es? Ähm. Explorer Note. Achso, okay. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder fest? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir müssen noch... Wo sind wir hier auf der Karte gerade? Wir müssen aber aufpassen. Also anscheinend Ghost echt gute Dinos. Oder viele Dinos halt. Ja, das ist halt die Frage. Was kann unser Paracer reißen da, ne? Alter. Achso, dass du nicht so weit drunter trockst mit dem... Ja, ich passe schon auf. Ich glaube, wenn wir hier lang laufen, dann müssten wir im Prinzip unterhalb deren Base kommen. Was machen wir, wenn wir jetzt zufällig Gato sehen? Beziehungsweise geizlos? Lassen wir die in Ruhe? Oder? Ich habe erstmal wieder einen Terrier am Arsch. Warte. 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 Warte schlagen. Okay. Wir wollen es halt immer wissen. Öh. Was ist jetzt passiert? Ich bug hier komplett aus dem Paracer raus, wenn ich hier gerade absteige. Ach Gott, schreck mich doch. Ich bug ihm fertig. Ernsthaft? Kriegst du's? Er ist schlangen tot, aber ich hing in der Leiche fest. Also. Unser Terry ist das stärkste of the map. Öh. Da hinten ist gerade irgendwas getötet worden. Von irgendwas. Aber von was? Was haben wir Akku eigentlich? Ach, ein Raptor hat irgendwas gekillt. Keine Ahnung. Irgendwas greift hier an. Ach, so ein Patschi. Oh. Level up. Oh lol. Das ist Ruine. Jetzt schon wieder Aro. Was für ein Ding? Ruine? Ruine. Da. Da. Explore Not. Yay. Nochmal Level up. Nice. Da rechts ist noch eine Ruine deswegen. Ich habe glaube ich gerade eine Herde Dodos überrannt, ey. Irgendwo muss hier bald die Base kommen. Ah, schon wieder ein Patschi. Alter. Wie viel Level hat man das gegeben, bitte? Was denn? Vier Level fürs Ding. Steri. Okay. Oh, verpisst euch ihr Mistviecher. Habe ich 1.000 Sekunden? Ich glaube ich bin über Dings gerannt gerade. Ja, ich bin über die Morphodons gerannt. Das ist scheiße. Ja, okay. Ich habe ihn gekillt. Den einen zumindest. Da kommt der Nächste. Die haben wir ganz präzis spying. Eine extreme Social Agro Range, die Dinger. Ist auch tot. Jetzt habe ich wieder... Wo sind die denn? Hier ist doch schon Map Ende Wald. Sind die einfach da oben? Das ist doch außerhalb der Karte, oder? Guck ich hier gerade. Da dürften sie nicht sein. Das heißt, wir müssten da links... Müssten wir links irgendwo weiter lang. Oder sind wir jetzt wieder an denen vorbei gewandert? Das Terzi. Eben mal weghauen. Er sollte mich nicht hitten können. Also hier oben ist nichts, wenn ich sehe auch von hier nichts, wenn ich ehrlich bin. Ah, da oben ist rechts, da oben ist rechts. Was, ein Wilder? Jo, da bist du hier. Äh, yay. Ja, ich dachte eigentlich eher, dass wir ein getampter Rex deswegen. Ja, das... Ja, dachte ich mir, dass du das dachtest. Also es kann ja jetzt eigentlich nur noch hier irgendwo sein. Gehört das noch zum Spielgebiet? Ja, es muss hier sein. Wo bist denn du gerade? Auf dem Berg oben, wo der Bronto ist auf dem Berg. Siehst du den? Ja, ich bin unterhalb des Berges. Müsste ich mich jetzt gleich sehen. Komm runter, ja warte. Ich bin auf der anderen Seite auf dem Berg gewesen. Das kann eigentlich nur noch hier vorne sein. Hä? Wo bist du? Ich glaube, das ist ein toter Parasaurus. Toter Parasaurus? Toter Terzi. Ja, ja. Einfach an dem weiter vorbei. Dann auf der anderen Flussseite. Ah, ich stehe dich. Okay, warte mal ganz ruhig mit meinem Holz droppen. Du stehst oben auf dem Hügel, ne? Ich bin genau hinter dir auf dem Hügel oben, aber ich springe gerade runter. Okay. Okay, 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 okay. Pass auf, dann stelle ich den Parasaurus hier mal ein Stück in den Wald. Und dann gucken wir am besten mal ein bisschen zu Fuß. Das muss hier irgendwo in der Nähe sein. Oder ich bin halt komplett done. Ist halt überhaupt nicht auffällig der Parasaurus, das kann man mal sagen, ne? So wie, da steht eigentlich nicht. Ich pfeife. Ich pfeife. Ich habe mir mal einen Focal reingepfiffen, ne? Vielleicht solltest du das auch tun, wenn wir mal eben eine Runde zu Fuß gehen. Soll ich den Terry auch hier stehen lassen, bis du dir ziehst. Dann dachte ich jetzt vielleicht, oh scheiße, der ist noch auf Follow. Der ist stark, der hat viel Life, der ist schnell. Ja komm, geh halt mit dem Terzi. Aber er ist halt auffällig, dass das Ding, ne? Ja, gut. Und du kannst keinen Focal benutzen. Ich denke mit dem Focal, wie viel Movement Speed hast du geskillt? 132. Okay, hier ist schon wieder eine Explorer Node. Ja, dann kommst du mit dem Focal, kommst du auf 152. Alter, ich droppe halt echt überall runter. Was wollen jetzt die scheiß Insekten von mir? Geh weg. Braves Terzi, ich liebe dich auch. Ich glaube hier ungefähr müsste es gleich sein. Wo bist du denn? Ähm, Moment, ich komme dich abholen. Ich bin noch gar nicht hier. Ein paar Kompis. Äh, in den Wald rein, nach oben. Ja? Dann musstest du mich gleich sehen. Oh! Wo bin ich denn jetzt hier hingefallen? Äh... Moment. Ja, hier. Warte, ich hab dich grad gesehen. Glaub ich. Rechts von dir müsste ich, glaube ich, sein. Hier, wo die Explorer Node ist. Ja, muss ehrlich. Okay. So, ich meine... Das müsste hier hinten, wenn wir hier weiter gerade auslaufen, müsste das gleich kommen. Weil das sieht mir nach dem Gebiet aus. Na toll, ich hab Durst. Hier sind Sarkos. Da ist ein Sumpf. Ja, ja. Hier ist nämlich Sumpfgebiet. Und die wurden ja auch ein paar Mal von Kapo, hau mich tot, gebumst, ne? Pass auf, ich meine hier... Alter, da sind ja viele Krokos. Was geht ab? Aber das kann's eigentlich... Doch, Moment. Das ist da oben, oder? Das sind Brontos. Scheiße, verdammt! Und da oben fliegt einer mit einem Fallschirm. Siehst du das? Wo bist du? Wo bist du? Dem Sumpf entlang. Das ist Gato. Das ist scheiße. Auf der einen Seite würde ich ihn gerne töten. Ich schieß mal auf ihn. Bin getroffen. Ja, ich nicht. Verdammt. Stürzt ab. Okay, der kam von hier hinten links, ne? Komm mit, komm mit. Folg mir. Ich hab nix zu essen, verdammt. Hast du noch Fleisch? Ja, ja, komm, ja. Top mal fix. Ja, warte mal. Achtung, hinter dir. So. Ja. Oh, Vorsicht, Schlange! Oh, Schlange. Ich bin tot. Das ist gedroppt. Hast du's? Äh, ja. Der kann jetzt, der kann jetzt natürlich überall sein, ne? Ja, scheiße, man schon wieder irgendwie... Ah! So, wir gehen mal gerade hier oben gucken. Eigentlich sollten unsere Tiere ja relativ... Da vor uns! Oh, da ist jemand. Kopfschluss. Ich auch. Wo rennt er hin? Er rennt, er rennt, er rennt. Alter ist ja schnell. Boah! Jo, das sind zwei. Da ist ein Alpha. Nein, da rennt. Einer fliegt. Du musst... Wir müssen den Fliegen abknallen. Hab ihn getroffen. Bin auch getroffen. Einer war noch links von uns. Er fällt in den Sumpf. Hab ihn getroffen? Nice. Ist in den Sumpf gedroppt. Und der andere war hier irgendwo links von uns. Frösche. Ich höre Frösche. Der wird, glaube ich, gerade von irgendwas detect. Pass auf, dass der andere nicht hinter uns kommt mit der Schraubflinte. Hm, der andere war irgendwie halbnackt. Ah, da ist ein Bionics. Pass auf, gerade draußen. Pass auf, pass auf. Die haben einen großen Akku-Range. Okay. Okay, ich glaube, die kamen von da hinten irgendwo. Das heißt, Ghost muss auch da sein. Weil die haben gesagt, die waren ziemlich nah bei Ghost. Okay, lass zu unseren Tieren gehen. Boah, Schlange. Boah, Alter, wieder erschrocken ohne Ende. Hahaha. Okay, let's jump. Aber, ganz ehrlich, krass, dass er das überlebt hat. Ja. Also, der hat ja allein zwei Headshots. Und noch einen. Also, von mir auf jeden Fall eingeklappt. Definitiv. Ja, von mir auch. Genau, von mir auch mindestens einen Headshot. Und danach noch einen oder zwei Buddy-Hits. Ja. Schon krass. Aber der andere hatte, glaube ich, gar kein Oberteil an, wenn ich das richtig gesehen habe. Der sah sehr komisch aus. Ich habe gar keinen anderen gesehen. Ich habe nur den gesehen, der gerade gehackt hat. Ich schon. Aber da unten am Strand war jemand. Der liegt da. Bist du bei mir? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin bei den Dinos, bei den Dinos. Der steht da gerade. Quasi, AFK wird von einem Dillo gejagt. Bei den Dinos? Bist du schon wieder? Ja, ja. Ich habe noch am Sumpfen gecheckt. Ne, ne, ich bin bei den Dinos zurück und der war hier am Strand. Wo ist er jetzt hin, verdammt? Der wurde von einem Dillo gejagt. Okay, ich bin beim Repug. Ja, ja. Guck dich mal um, wo ich bin. Das steht da auch in meiner Nähe. Der war hier unten am Strand. Da, wo ich gerade stehe. Wir sagen nicht, dass wir das waren. Natürlich sagen wir nicht, dass wir das waren. Aber wo ist der Kerl? Der war gerade hier unten. Genau hier, wo ich jetzt stehe. Wo ich hingucke. Am Strand unten. Wo guckst du denn hin? Ich sehe dich nicht. Ich sehe nur deinen Namen. Ich laufe hier unten auf so einem Felsen rum. Ich bin direkt hinter dir. Über dir. Wo guckst du hin? Da unten. Da unten an seinem Strandgegen. Da war einer gerade. Das ist die Frage, wo er hingerannt ist. Der kann doch nicht so weit gerannt sein in so kurzer Zeit. Also das sah aus. Ich glaube, dass... von hinten kommt, gell? Ja. Ich glaube, das war einer von den beiden, die wir gerade gejagt haben. Der sah ihm zumindest recht ähnlich. Und der hatte auch nur eine Armbrust, by the way. Oder der hatte Grapplinghooks in der Hand. Hier hinten ist er. Bei mir. Warum jedes Mal bin ich weglaufen? Ich schieße auf ihn. Ich weiß auf ihn, genau. Ich habe ihn im Rücken getroffen. Ich glaube, der hat kein Oberteil an. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Scheiße daneben. Wo bist du hingelaufen? Ich laufe Richtung von da, wo wir gekommen sind. Wo der Bronto war, weißt du? Achso. Richtung der Berg. Scheiße. Ja. Der rennt gerade diesen Berg hoch Richtung Bronto. Bist du schon übers Wasser gelaufen? Nein, nein. Der rennt. Fuck. Er ist nicht mehr in meiner Sichtweite. Hä? Wo bist du? Ich bin hier unten am Strand. Ja, ich war auch am Strand. Aber er ist weg. Ah, da hinten läuft jemand? Das bin ich wahrscheinlich. Wenn ich springe. Wenn er springt bin ich das. Ja, ja, alter. Gott sei Dank habe ich dich nicht getroffen. Lol, hast du geschossen? Ich habe geschossen. Alles klar. Pass auf. Wir packen unsere Tiere. Der ist da hinten hingelaufen, wo die Brontos waren. So. Und die kamen gerade von hinten, also von oben irgendwo gegenüber der Seite, wo wir jetzt sind. Warte mal ganz kurz. Gib mir mal kurz Backup. Ich muss mein Glas füllen. Ja, mache ich auch mal direkt. Ach. Ey, wie viele Dillos sind denn hier? Ja, das sind sehr viele. Okay. Wir müssen unbedingt die Base von Ghost finden. Möglichst noch in dieser Folge, damit wir hier mal ein bisschen was geschissen kriegen jetzt. Du springst halt direkt in die Dillos rein. Ach, ich laufe an denen vorbei. Du weißt, was du für eine Allergie gegen Dillos hast. Du kriegst ein geschwollenes Gesicht und fällst um. Hahaha. Der Erdnussallergie gegen Dillos. Ja, ohne Scheiß. Okay, gut. Pass auf. Dann gehen wir da jetzt lang. Und müssen wir leider durch den Summen vom Besten gehen. Genau da, wo du gerade langläufst. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas laufen sehe. Da hinten rennt ein Paarer. Und wir gehen hier lang. Und dann biegen wir rechts ab. Der eine von denen ist jetzt auf der anderen Seite. Und der andere ist einfach nur komplett weggedüst. Es ist jetzt die Frage, wer ist in Richtung Base gelaufen? So wie der eine mit dem Fallschirm gesprungen ist. Also das war ja Gato. Würde ich ja annehmen, dass die hier hinten irgendwo ihr Lager haben. Aber ich denke mal, der derjenige der Metall gehackt hat war Phönix. Äh, ich glaube wir werden gerade von denen angegriffen. Wie von denen? Weil hier, unser Tri-Block ist voll mit, das wurde zerstört, das wurde zerstört, das wurde zerstört. Stimmt. Ich stehe gerade voll im Weg. Dann greifen die uns gerade an wahrscheinlich. Also hier Phönix und Ghost. Ist egal. Wir haben ja nichts mehr drin. Wir könnten ja nicht viel, ne. Wir könnten hingehen. Bis wir da sind, das dauert Ähnlichkeiten. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal dahin, wo wir die vermuten. Ja, passt auf, dass diese scheiß Sprung... Ja, die können, mir können die nichts machen. Ja, ich renne mal durch. Ja. Dann habe ich gerade die Schlange an. Ich bin nicht egoistisch an, aber wir haben nur noch zwei live. Ja, ist ja egal, lauf ruhig durch. Wie gesagt, mir können die nichts anhaben. Ich hab's überlebt, Alter, ich hab's überlebt. Irgendwo, jetzt ist auch noch Nacht, ne. Mh. Mit unseren Tieren kann uns glücklicherweise nicht so viel passieren. Nee, hier eigentlich nicht. Wir sind auch ein paar Schlangen und sowas. Ist hier eigentlich nicht großartig viel. Oh, das ist jetzt grad hell geworden, ne. Ja. Gott sei Dank. Müssen wir uns hier mal umgucken. Wenn ich irgendwie das Gebiet wiedererkennen könnte. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier gerade. Da oben ist Metall. Uhhh, lol, ich seh hier drin ja gar nichts grad. Also da oben ist ein Metallvorkommen. Aber ich weiß nicht, sind wir schon außerhalb der Map. Das ist es, das ist es. Ja, hier hinten ist die Base von denen gleich. Wir müssen da oben weiter und dann links. Ey, wir sind doch schon links außerhalb der Map, oder? Ich glaube nicht. Ne, wir sind innerhalb. Oder? Moment mal. Ne doch, das gehört noch dazu. Okay. Das ist das, das ist hier das größte Metallvorkommen. Uah, Tronon! Oh, Alter. Ich bin noch auf dem Paracer drauf, aber ich werde wahrscheinlich gleich umkippen. Ich guck mal, ob ich... Ach du, was? Außerhalb vom Paracers? So, deswegen schreist du so an. Ja. Ja. Ich fress mal grad direkt Stimberrys gegen. Ja, die greifen mich hier gerade an. Soll ich helfen, oder klaff ich? Ne, das geht nicht. Wenn ich auf dem Paracer bin, ist alles cool. Wo bist du denn gerade? Ich bin hier auf dem Metallberg drauf und guck mich um. Dumm ist, ich muss halt grad wirklich aufs Klo. Lol, dein Ernst? Ich muss ja nicht grad pinkeln, aber ne. Ich warte noch, bis die Folge vorbei ist. Alter, ja, ist auch gleich vorbei. Zwei Minuten noch. Ja, gut. Ja, okay. Jetzt werde ich da unten rumdackeln. Ja, in die Richtung hier müssen wir... Endlich haben wir's gefunden, ey. Ja, gut. Granaten haben wir, gell? Ja. Und die sind halt auch gerade nicht da, ne? Aber wo vertreibt sich... Warte, wie die Aussehen, die Jungs. Aber wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich kill grad deine Drodons, die dir folgen. Ach so. Okay. Die Drodons gekillt, die die hinterher gerannt sind. Jetzt bin ich mal gespannt, was die mittlerweile in ihrer Base haben. Was ist das dunkel hier? Hier hinten müsste gleich irgendwo die Base anfangen. Aber ich seh halt Nüsse, ne? Ich mach aber keine Fackeln an. Du hängst irgendwie fest. Ja, in irgendwas stecke ich. Ja, hier ist ein Baum. Oh, ich hab auch irgendwas attackt. Das ist ein Trike. Alter, ist das dunkel! Ich hab ihn. Ich kann hier nicht... Ich seh hier nix. Ja, ich steck auch irgendwo fest. Ja, jetzt steck ich auch irgendwo wieder fest. Fuck it, man! Ich mach mal grad nen Fackel an. Lass das lieber, Mann. Aber es hilft. Mhm. Also... Hier ist hell bei mir. Wie gesagt, da so wie es aussieht, sind die ja eh grade nicht da, ne? Ja, aber hier ist doch keine Base. Doch, weiter oben muss die sein noch. Die haben die an der Klippe gebaut. Wenn das gleich Ende sein sollte, mach bitte direkt Slow Mo. Ja. Jetzt glaub mal die Fackel nehmen. Und mal zu Fuß. Ja, ich hab sie. Ja, okay. Wo? Genau hier. Das ist ein Rex. Sag ich doch, dass die Rexe haben. Die haben Pflanzen, die haben Spikes. Werde ich hier schon getroffen? Irgendwas greift mich hier wieder an. Die sollten den Rex weg snipen. Snipen sagst du? Ah, die Morphodons wieder. Level 50 Rex, dürft er nicht so viel aushalten? Ich stell mir grad den Peracer so hin, dass der mit Breitseite quasi platziert ist. Alter, ich seh ja nix. Ja gut, pass auf, wenn die auf neutral sind. Macht aber nix. Boah, ich seh es halt auch nicht. Ach, da ist der Rex. Wo sind die Pflanzen? Die sind auf dem Dach. Boah, ist das dunkel, man. Schieß auf den Rex. Ah, jo. Jetzt sagst du so. Meinst du, wir machen hier überhaupt genug Schaden? Mach Slow-Mo, mach Slow-Mo. Okay, gut. Das war's mit der Folge. Wir sind direkt vor Ghostlike Space. Und wir werden gucken, dass wir hier in der nächsten Folge was kaputtgebummst kriegen. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten. Tschüss.